und sage euch die Kampfansage über Spiegel. Das ist eine Kampfansage an eurer Liebenzeitschrift Der Spiegel, weil ihr meine Freunde wie Elon Musk und Naomi Seid beladigt habt. Und das ist eine Ehrkampfansage an eurer Liebenpresse Der Spiegel. Der Grund zu glauben, dass ich keine einzige Zeitung von euch kaufe. Und ihr solltet auch keine einzige Zeitung von Spiegel mehr kaufen. Das ist eine Kampfansage an den Spiegel. Jawoll. Ich werde kein einziger Zeitung von Spiegel mehr kaufen und ihr beleidigt meine besten Freunde. Und das ist überhaupt nicht in Ordnung für diesen Spiegel. Und soweit ich sage, ist das jetzt eine Kampfansage an den Spiegel. Und ihr schreibt nur Blödsinn vom Spiegel. Ich sage euch, ich kaufe keine einzige Zeitung von Spiegel mehr. Und ihr könnt nicht mal den Spiegel. So, das war's. Und abonnieren Sie meinen Kanal. Und ich danke euch im Voraus.